Die Computertastatur ist ein wichtiges Eingabegerät. Briefe, E-Mails, Referate, Präsentationen und so weiter werden am PC geschrieben. Ohne Tastaturschreibkenntnisse ist das Schreiben mühsam und langsam. TypingScout ist eine Webapplikation zum Trainieren und Verbessern der Tastaturschreibkenntnisse. Die Applikation läuft in der Cloud und ist sowohl für den Einsatz an Schulen als auch für Einzelpersonen bestens geeignet. Mit TypingScout wirst du schneller und besser Tastaturschreiben können. TypingScout bietet einen kompletten Lehrgang für das Erlernen des Tastaturschreibens an. Kleinbuchstaben der Grundreihe und deren Großschreibung, die obere Reihe und die untere Reihe, die Buchstaben Ä, Ü, Schaffeseses sowie das Fragezeichen und zuletzt die restlichen Ziffern und Zeichen der obersten Reihe. TypingScout umfasst folgende Menüpunkte. Bild und Tastaturspiel, Schreibspiel, Schreibtraining, Perfektionieren, die Spiele in Memorix und Typedrees, Scout Mode und die Lernzone. Lernen wir nun gemeinsam die Menüpunkte von TypingScout kennen. Beim Bild- und Tastaturspiel wird die Mnemotechnik für das Erlernen der Buchstaben angewendet. Dem Buchstaben wird ein Bild zugeordnet. Bei der folgenden Übung trainieren wir die Groß- und Kleinbuchstaben der Grundreihe. Nach Ablauf der eingestellten Übungszeit wird das Übungsergebnis in das Traininglog übernommen. In den folgenden Übungen erscheinen Bild und Buchstabe, der Buchstabe alleine und bei der letzten Übung nur noch das Bild alleine. Für das Schreibspiel stehen insgesamt 136 Texte, davon 35 Prüfungstexte, zur Verfügung. Beim Schreibspiel wird der ausgewählte Text eingeblendet. Dieser Text wird überschrieben. Die Texte können wahlweise ein- oder mehrzählig dargestellt werden. Weiters besteht die Möglichkeit, die Übung mit oder ohne Korrekturmöglichkeit anzubieten. Optional kann auch die Tastatur eingeblendet werden. Ein weiteres Feature von TypingScout ist das Schreibtraining. Es bietet die Möglichkeit, das Schreiben eines Textes mit Korrekturmöglichkeit oder ohne Korrekturmöglichkeit zu üben. Die Texte, siehe Lernzone, Downloads, können als Vorlage ausgedruckt werden. www.youtube.com 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 Protokolliert werden die Übungsdauer und die Anzahl der Anschläge. TypingScout registriert die im Bild- und Tastaturspiel und die im Schreibspiel gemachten Fehler. Die fehlerhaften Wörter bzw. Buchstaben werden basierend auf den letzten 20 Traininglogs aufgelistet. Somit kann sehr gezielt geübt werden. Die anstrengende Übungsarbeit kann mit den Spielen Type Trace und Memorix aufgelockert werden. Die Eingabemaske ermöglicht eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten, wie die Buchstaben, die Dauer und die Anschläge pro Minute. Type Trace schult die Reaktionsgeschwindigkeit. Memorix hilft die Merkfähigkeit zu verbessern. Im Menüpunkt Scout Mode wird ein Lehrgang zur Erlernung des Tastaturschreibens zur Verfügung gestellt. Pro Kapitel werden sieben Übungseinheiten angeboten. In der Lernzone befinden sich viele Hinweise, die ein erfolgreiches Arbeiten mit TypingScout ermöglichen. Folgende Fragen werden beispielsweise beantwortet. Registrierung Wie registriert sich eine Einzelperson? Wie registriert sich eine Schule? Wie legt eine Lehrperson eine Klasse an? Sie erhalten Hinweise zu den Grundregeln, der Körperhaltung, zu Ausgleichsübungen, der Grundstellung und zu Regeln, welche es beim Schreiben von Texten zu beachten gilt. Neugierig? Teste unverbindlich TypingScout! Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!